Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute bin ich wieder on the run und heute musste ich gar nicht so weit fahren. Heute bin ich nämlich bei Tyson Vliesen und neben mir sitzt mein Bruder und auch der Geschäftsführer Christoph Tyson. Christoph, erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ja heute hier auf der Casino Night. Erklär doch mal ein bisschen, was ist Casino Night? Was muss ich mir darunter vorstellen? Was macht die heute hier? Warum wir so eine Veranstaltung ins Leben gerufen haben? Ja, vielleicht vorweggenommen und so weiter. Wir haben in letzter Zeit den renommierten Preis gewonnen als Händler des Jahres und um das auch ein bisschen gebührend zu feiern mit unseren Kunden, haben wir uns dazu entschlossen eine Hausmesse mit anschließender Casino Night zu machen, um dann auch unseren Kunden, die von weiter her kommen, also wir beliefern ja bis Köln Fliesen, so dass wir da gesagt haben, wenn die den weiten Weg schon auf sich nehmen und so weiter, dann bieten wir auch noch ein Leckerli oben drauf, was dann die sogenannte Casino Night dann darstellt. Casino Night, was habt ihr alles für Spiele hier? Ich bin einmal durch die Ausstellung gelaufen, ihr habt ja schon einiges da stehen. Was hast du denn alles hier aufgebaut? Erzähl mal bitte so. Genau, also wir haben im Prinzip mehrere Sachen aufgebaut für unsere Kunden, dass quasi für jeden Geschmack was dabei ist. Zum einen wäre da Blackjack-Tische, dann sind Pokertische dabei und natürlich auch der Klassiker Roulette darf dabei nicht fehlen. Das heißt, jeder unserer Kunden, der reinkommt, sich vorne anmeldet an der Anmeldung, bekommt quasi seine Taisys, seine Thaler für die Casino Night und darf die dann an den unterschiedlichen Tischen verzocken und verspielen am besten natürlich. Dadurch, dass unsere Profikunden uns hier in unserer charmanten Ausstellung auf 3000 Quadratmeter besuchen kommen, haben wir natürlich alles schön vorbereitet, um auch unseren Kunden, sprich den Profis, die neuesten Trends für 2020 zeigen zu können, die dann wiederum in deren Ausstellung platziert werden. Und wenn ihr dann demnächst mal in der Fliesenausstellung seid, hoffe ich, dass ihr ein paar schöne Fliesen von uns dort sehen werdet. Ja, für einen Hobbyraum sowieso. Also wenn ihr Fliesen wollt, wisst ihr Bescheid, wo ihr hingehen müsst. Aber was Schöne dabei ist, ihr macht ja jetzt nicht nur hier frei Bier und Pommes, sondern das hat ja auch ein Hand und Fuß, sag ich mal, auf der Einladung stand, drauf zocken für den guten Zweck. Was hat denn da mit Aufsicht? Genau, also im Prinzip ist die Idee dabei entstanden, was ich ja gerade sagte, jeder bekommt seine Chips zum Spielen, kann die natürlich verzocken und wir hoffen, dass die Bank natürlich in dem Moment gewinnt. Das heißt dann zur Folge, dass der Kunde sich für einen kleinen Obolus, sprich die Spende, dann wieder entsprechende Taisys, sprich Kohle für die weitere Verzockung organisieren kann, so dass wir darüber natürlich auch in den vergangenen, bei der vergangenen Veranstaltung eine ordentliche Summe zusammengekriegt haben, die von unserer Seite dann auch nochmal aufgestockt wird und beim letzten Mal ist es dann an zwei wohltätige Vereine gegangen und so weiter, wo wir dann die ganze Sache auch gespendet haben. Also alles, was dort reinkommt und so weiter, wird ohne irgendwelche Abzüge und so weiter auch definitiv verwendet, um es für den guten Zweck weiterzugeben. Und das finde ich eine verdammt gute Sache, weil nicht nur einfach Freibier für alle ist ja eine Sache, wenn dann auch noch was geboten wird und dann auch noch dabei was rumkommt, was dann auch nachher noch für einen guten Zweck gespendet wird, dann kann man natürlich auch nur Dankeschön sagen und auch Hut ab, dass ihr solche Events durchzieht und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Kunde und die ganzen anderen Leute sich auch tierisch überfreuen, dass man hier wieder eingeladen wird. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Christoph, ich möchte mich abschließend dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei euch möchte ich mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.